Markus Steinhofer ist ein deutscher Fußballspieler, der seit der Saison 2015 16. bei Sparta Prag unter Vertrag steht. Karriere Steinhofer begann beim DSC Weißenburg, einem in seinem Geburtsort ansässigen Verein, mit dem Fußballspielen und stieß über den TSV Road zur Jugendabteilung des 1. FC Nürnberg. 2002 gelangte er zu den A-Junioren des FC Bayern München. Für deren Amateurmannschaft er in der Regionalliga Süd zum Einsatz kam und 2004 den Meistertitel in dieser Spielklasse errang. Über ein Leihgeschäft spielte er ab der Saison 2006 07 für den österreichischen Bundesligisten Red Bull Salzburg, für den er am 30. Oktober 2007 beim 2-1-Sieg über Rapid Wien erstmals ein Tor in der höchsten Spielklasse erzielte. Zum 1. Juli 2008 erhielt Steinhofer einen Dreijahresvertrag beim Bundesligisten Eintracht Frankfurt. Sein Bundesliga-Debüt gab er am 17. August 2008 bei der 0-2-Niederlage im Heimspiel gegen Hertha BSC. Seinen ersten Treffer erzielte er am 4. Oktober 2008 bei der 1-2-Niederlage im Auswärtsspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Für die Rückrunde der Saison 2019 wurde er an den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern ausgeliehen. Mit zwei Toren und zwei Torvorlagen in 15 Spielen trug er dort zum Aufstieg der Pfälzer in die Bundesliga bei. Danach kehrte er wieder zur Eintracht nach Frankfurt zurück. In der Hinrunde der Saison 2010-Elftel wurde er viermal eingewechselt und kam auf rund 60 Minuten Einsatzzeit. In der Winterpause 2010-Elftel wechselte er zum Schweizer Erstligisten FC Basel, für den er sein Debüt am 6. Februar 2011 beim 3-2-Sieg im Auswärtsspiel gegen den FC Thun gab. Am Saisonende 2010-Elftel wurde Steinhofer mit dem FC Basel Schweizer Meister. Sein erstes Ligator für den FC Basel erzielte er am 22. April 2012 beim 3-0-Sieg im Auswärtsspiel gegen den FC Sion mit dem Treffer zum zwischenzeitlichen 2-0. Am Ende der Saison gewann Steinhofer erneut den Meistertitel und mit dem Cup-Sieg auch das Dambel. Am Ende der Saison 2012-13 wurde Steinhofer mit dem FC Basel zum dritten Mal Schweizer Meister. Das Pokalendspiel ging indes mit 4-5 im Elfmeterschießen gegen den Gresshopper-Club Zürich verloren. In der Europa League 2012-13 schaffte er es mit dem FC Basel bis in das Halbfinale und trat dort gegen den amtierenden Champions-League-Sieger FC Chelsea an. Sie verloren jedoch das Heim- und das Auswärtsspiel und schienen mit dem Gesamthergebnis von 2 zu 5 aus. In einer langen Saison mit insgesamt 76 Spielen hatte er insgesamt 63 Einsätze, davon 29 in der Super League, 4 im Cup sowie 16 Einsätze in der Champions- und Europa League und 14 in Testspielen. Zur Saison 2013-14 wechselte er zum spanischen Erstligisten Betty Sevilla, für den er am 3. November 2013 bei der 2 zu 3 Niederlage im Auswärtsspiel gegen den FC Malaga mit Anwechslung für Juan Carlos in der 66. Minute debütierte. Am 18. Januar 2014 kehrte er in seine deutsche Heimat zurück und unterschrieb einen Vertrag beim Zweitligisten TSV 1860 München, für den er am 10. Februar 2014 beim 1 zu 1 Unentschieden im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorfer debütierte und nach dem 20. November 2010 bei der 0 zu 4 Niederlage im Heimspiel der Frankfurter gegen die TSG 1899 Hoffenheim wieder ein Ligaspiel in Deutschland absolvierte. Am 1. Februar 2015 wurde bekannt gegeben, dass Steinhofer seinen Vertrag mit den Münchner Löwen im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst hat. Kurz darauf verpflichtete er sich beim VfH ein. Nach dem Abstieg des VfH allen in die 3. Liga unterschrieb Steinhofer einen Vertrag beim tschechischen Vizemeister Sparta Prag. Das Nationaltrikot trug Steinhofer erstmals am 21. August 2001 in Pachim, als die U16-Nationalmannschaft die Auswahlmannschaft Dänemarks mit 4 zu 1 besiegte. Im 9. Spiel, seinem letzten in dieser Auswahlmannschaft, traf er in Waldzuttingen beim 3 zu 1 Sieg über die Auswahlmannschaft der Schweiz zum zwischenzeitlichen 3 zu 0 und damit zum ersten Mal. Am 9. und 11. März 2004 spielte er zweimal in der U18-Nationalmannschaft, die in Sandhausen 1 zu 1 und in Neckarels 0 zu 2 gegen die Auswahlmannschaft Frankreichs spielte. Am 17. September 2004 debütierte Steinhofer in der U19-Nationalmannschaft, die in Duisburg mit 1 zu 4 gegen die Auswahlmannschaft Spaniens unterlag. In seinem zweiten Länderspiel für diese Auswahlmannschaft erzielte er mit dem Führungstreffer in der 39. Minute beim 3 zu 0 Sieg gegen die Auswahlmannschaft Sloweniens am 21. Oktober 2004 in Zelje sein erstes Länderspieltor in dieser Altersklasse. Für das internationale U21-Turnier in Tulum vom 31. Mai bis 9. Juni 2007 wurde Steinhofer erstmals für die U21-Nationalmannschaft nominiert. Sein Debüt gab er am 2. Juni in Iyer beim 0 zu 0 Unentschieden gegen die Auswahl der Elfenbeinküste. Sein letztes Spiel für die U21-Nationalmannschaft bestritt er am 18. November 2008 in Osnabrück beim 1 zu 0 Sieg gegen die Auswahlmannschaft Italiens. Titel und Erfolge Bayern München Bayern München Deutsche A-Juniorenmeister 2004 Meister der Regionalliga Süd 2004 Salzburg-Österreichischer Meister 2007 Kaiserslautern Meister der 2 Bundesliga 2010 Aufstieg in die Bundesliga 2010 Basel-Schweizer Meister 2011-2012-2013 Schweizer Cup-Sieger 2012 Schweizer Cup-Finalist 2013 Gate-Wit Verstieg PJ extraterrestriere troubles Bürger tow prophet sind lol ㅇ